Die grünen Politiker haben sich jetzt ein komplett neues Autoverbot ausgedacht. Und zwar darfst du in Zukunft auf bestimmten Straßen nicht mehr alleine Auto fahren. Und wenn du erwischt wirst und das trotzdem machst, dann zahlst du 135 Euro Strafe. Tja, das ist wirklich krass. Alle Details in diesem Video, los geht's. Wegen dem Klimawandel wird ja in Kürze die ganze Welt untergehen und daher werden die Klimaaktivisten jetzt immer kreativer in ihren Maßnahmen und in ihren Verboten. Und ihre neueste Idee ist mal wieder ein neues Verbot für die Autofahrer. Weil offenbar haben sie bei den Autofahrern gemerkt, dass die sich am wenigsten von allen wehren. Jedes Jahr gab es in der Vergangenheit eine neue Abgasnorm, irgendwann gab es dann die Dieselverbote und ab 2030 kommt sogar komplett das Verbrennerverbot. Aber auch das reicht den Klimaaktivisten und den linksgrünen Politiker nicht. Sie wollen trotzdem weitere Verbote. Und ihre neueste Idee ist die sogenannte Umweltspur. Also eine Fahrspur, wo nur noch klimafreundliches Fahren erlaubt ist. Und wenn du jetzt denkst, dass die Grünen dafür extra eine neue Fahrspur bauen, Nee, dann irrst du dich. Diese neue Umweltspur wird nämlich geschaffen, indem man den normalen Autofahrern eine Spur komplett wegnimmt. Und im französischen Straßburg wird gerade die ersten Tests dafür gemacht. Und wenn die dann erfolgreich sind, kommt das Ganze auch zu uns nach Deutschland. In Deutschland gibt es auch schon Tests dafür. Der Spiegel schrieb heute wie folgt dazu. Zu viele Pendler-Pkw. Frankreich geht mit Blitzern gegen Alleinfahrer vor. Wer allein im Auto sitzt, darf in Frankreich auf bestimmten Straßen nicht alle Spuren nutzen. Wer dagegen verstößt, muss vermehrt mit einem Bußgeld rechnen. Die Behörden stellen außerdem ein neues Verkehrszeichen aus. Tja, so sieht es aus. Wenn du also in Zukunft allein mit deinem Auto fährst, weil du zum Beispiel zur Arbeit fahren musst, dann darfst du einige Spuren oder sogar ganze Straßen nicht mehr nutzen. Also das ist wirklich nur noch krank. Und wieso machen die das Ganze? Nun ja, die europäischen Behörden haben halt ausgerechnet, dass durchschnittlich nur 1,4 Personen in einem Auto sitzen. Und das natürlich deutlich zu wenig. Dadurch verstopfen halt die bösen Pendler die ganzen Straßen. Und das will man jetzt natürlich ändern. Und die grünen Politiker, die schaffen es halt nicht, das Auto komplett zu verbieten. Dafür gibt es einfach zu viel Widerstand. Und deswegen will man jetzt mal zumindest gegen das Alleinefahren vorgehen. Und wie das Ganze aussehen soll, schreibt der Spiegel auch. Auf der Stadtautobahne Straßburg und auf den Schnellstraßen in fünf weiteren französischen Städten gehen bald Radaranlagen in Betrieb. Die nicht mehr nur die Geschwindigkeit der Auto überwachen, geblitzt werden auf Fahrer, die allein im Auto sitzen und verbotenerweise die linke Fahrspur benutzen, die im Berufsverkehr für Autos von mindestens zwei Insassen reserviert ist. Auch Elektroautos mit grüner französischer Umweltplakette steht die Spur offen, unabhängig von der Zahl der Insassen. Also, das muss man sich so vorstellen. Die Autobahnen haben zum Beispiel zwei Fahrspuren. Rechts dürfen dann die ganz normalen Autos und die ganzen großen LKWs fahren. Und wenn du mindestens zwei Personen im Auto oder ein teures Elektroauto hast, dann darfst du auch links auf der Überholspur fahren. Wenn du das nicht hast, darfst du ja nicht mehr überholen, weil du darfst ja nicht auf die linke Spur fahren. Und damit wollen halt die grünen Politiker sorgen, dass sich entweder alle die teuren Elektroautos kaufen oder zumindest immer zu zweit fahren. Und wenn du jetzt aber nur so einen schmutzigen Diesel, ja, oder so einen schmutzigen Benziner hast und auch keinen Kollegen hast, der mit dir zur Arbeit fahren kann, tja, dann bist du in Zukunft echt aufgeschmissen. Weil dann darfst du nämlich nur nach rechts fahren, dort, wo die ganzen langsamen LKWs sind. Und die darfst du auch nicht überholen, weil du darfst ja nicht links auf die Umweltspur fahren, ne. Und überwacht wird das Ganze, wie gesagt, mit neuen Radarskameras, welche ganz genau erkennen können, wie viele Personen im Auto sitzen. Und wenn du alleine mit deinem schmutzigen Auto auf der linken Überholspur fährst, dann musst du halt 135 Euro Strafe zahlen. Und als ich das gelesen habe, da ist mir sofort eine richtig geile Geschäftsidee gekommen. Ich gründe jetzt einfach eine Firma, die menschengroße Puppen herstellt, welche wie ganz normale Beifahrer aussehen. Und die können sich dann die, ja, Alleinfahrer auf die Beifahrerseite setzen und müssen dann in Zukunft auch keine Angst mehr vor dem Blitzern haben. Aber mal Spaß beiseite. Ja, reden wir mal Klartext. Das, was die Grünen hier vorhaben, ja, geht wieder komplett nach hinten los. Die Idee an sich ist zwar interessant, aber die ist wie immer 0,0 zu Ende gedacht. Weil, auch wenn die Grünen, ja, mit dieser Umweltspur die alten Autofahrer ja erziehen wollen, wird das natürlich sehr, sehr lange dauern, wie zum Beispiel auch bei dem Elektroauto. Und in dieser ganzen Zeit wird sich der Verkehr einfach massiv stauen, was zu viel mehr Umweltverschmutzung führen wird. Weil ist doch ganz klar, bereits jetzt haben wir schon auf sehr vielen Straßen, auf sehr vielen Autobahnen richtig viel Stau. Gerade in der Rushhour, morgens und am Abends. Und wenn man jetzt den normalen Autofahrern auch noch eine komplette Spur wegnimmt, dann wird es halt noch mehr Stau geben, gerade in den großen Städten. Und was passiert im Stau? Richtig, die Leute müssen mehr bremsen, müssen mehr beschleunigen, als wie zum Beispiel, wenn der Verkehr flüssig durchrollt. Und durch dieses mehr Bremsen und mehr Beschleunigen wird natürlich auch viel mehr Kraftstoff verbraucht und damit auch viel mehr CO2 in Luft geblasen. Also diese neue Umweltspur wird dafür sorgen, dass die Umwelt mehr belastet wird und nicht weniger belastet wird. Und das habe ich mir jetzt nicht gerade mit meinem gesunden Menschenverstand ausgedacht. Das ist bereits bewiesen worden. Dazu gab es nämlich schon Experimente. Nier schreibt zum Beispiel, Auch in den Niederlanden und Großbritannien und den USA gibt es mitunter für Fahrgemeinschaft reservierte Spuren. In Deutschland wohne in Düsseldorf ein Test mit Umweltspuren, auf denen nur Busse, Taxis, Fahrräder, Elektroautos sowie Fahrgemeinschaft fahren dürfen Anfang 2021 jedoch wieder beendet. Diese Sonderspuren, mit denen ein Dieselfahrverbot abgewendet werden sollte, hatte lange Staus zufolge. Tja, also wir hatten bereits dieses System in Deutschland. Es gab bereits Tests dafür und die sind kolossal gescheitert und deswegen wurde das wieder eingestellt. Und ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass genau das Gleiche in Frankreich wieder passieren wird. Was übrigens auch noch geil ist, ist das ganze Marketing, was jetzt dahinter aufgefahren wird. In Lyon zum Beispiel, wo sie das Ganze testen mit dieser Umweltspur, schreiben sie in den Medien, über diese Umweltspur kommt man acht Minuten schneller ins Stadtzentrum. Und das musst du mal legen, das ist komplett gelogen, weil diese Spur wurde ja den ganzen anderen Autofahrern weggenommen. Über diese Spur kommst du genauso schnell ins Stadtzentrum wie früher, aber umgekehrt auf der rechten Spur, wo sich jetzt alles staut, dort dauert es acht Minuten länger. Also man hat keine Zeit gewonnen im Vergleich zu früher, sondern viele Autos brauchen jetzt einfach deutlich länger. Das musst du mal legen. Wie hier auf diese Art und Weise mit Lügen auch noch Marketing betrieben wird, unglaublich. Aber Hauptsache, die Grünen haben jetzt ein neues Verbot gefunden, womit sie den normalen Bürgern wieder das Leben schwer machen können. Und das ist wirklich nur noch armselig. Ich meine, was haltet ihr denn von dieser neuen Umweltspur? Schreibt mir eure Meinung zu gerne in die Kommentare unter dem Video. Ich bin sehr gespannt, wie ihr diese Sache findet. Ich bin sehr gespannt, wie ihr da seid. Ich bin sehr gespannt, wie ihr da seid. Untertitelung des ZDF, 2020